Thomas Geisbücher, London North, nimmt mir weit bis dahin, wer dich kennt und wer deinen Ehrgeiz kennt, weiß, dass du eigentlich dorthin fährst, um eine Medaille zu holen. Sind die Chancen gut? Ja, muss man mal schauen. Also vorbereitet sind wir gut. Wir sind jetzt nur in der Endphase. Wie man weiß, das Maximale, was man jetzt mal sagen kann, sind Außenseiterchancen. Also die langen Distanzen, Marathon, 10.000, 5.000, 1.500 Meter, gerade meine Paradedisziplinen, sind gestrichen worden. Jetzt muss ich als Sprinter antreten. Wir haben es eineinhalb Jahre davor erfahren und wir haben das Training umstellen müssen. Da war das selbe, wenn du sagst, du machst eine Heilige Geprisse als Kurzstreckenläufer. Wir sind jetzt noch in der Endphase vom Aufbautraining. Es ist so getimt, dass ich da das Maximalste in dem Zeitraum, was mir zur Verfügung gestanden ist, aussuchen kann. Und von dem her passt es gut. Ich bin nicht krank geworden. Es war trotzdem ein relativ zartes Training, was schon ziemlich Wetter hat. Oft in Tränen nahe. Dann weiß ich, okay, mehr kann man nicht trainieren. Und früher war alles mehr breiter gestrahlt, weil es eben die Langdistanzen gegeben hat. Alle sind alles gefahren. Oder sind halt nach und für die kurzen Sachen immer gefahren sind. Dann einen Marathon auch gefahren sind, wo es da schon schwer war. Ich habe zwar in Peking gewohnt, aber wir sind zu dritt miteinander Türeinlauf innerhalb von 10 Sekunden gewesen. Jetzt ist alles ganz komprimiert zusammen. Und ich weiß nicht, wie meine Gegner drauf sind. Ein paar habe ich schon gesehen. Also ein paar weiß ich, dass die ziemlich gut drauf sind. Also leicht wird es nicht. Aber ich versuche mich da das so weit wie möglich auszublenden und einfach mich auf mein Rennen zu konzentrieren. Und gerade beim 800er ist es so, da wird viel eben auch Windschatten gefahren, viel taktisch gemacht hat eben auch und so. Und da kann dann von 1 bis 8, wenn man sich qualifiziert für das Finale, da kann von 1 bis 8 dann alles drinnen sein. Und eben wie gesagt, ich versuche keine Szenarien nicht irgendwie auszumachen. Ja, vielleicht habe ich Außenseiter Chancen. Vielleicht kann ich überraschen. Also ich wäre sicher auf alle Fälle mein Bestes geben und viel reinhauen. Für mein Land, für meine Ideale kämpfen und dann schauen wir mal, was passiert. Ein großer Vorteil bei dir ist sicher das, dass du schon Medaillen im Gepäck hast von früheren Spielen und da kann man schon relativ locker hinfahren und man weiß, dass man nicht die Chancen hat. Irgendwie wird man dadurch halt noch lockerer, dass man sagt, okay, wenn das Szenario passiert, dass nichts passiert, dann kann ich heimfahren zu meiner Vitrine und weiß, dass da genug drinnen sind, dass ich schon ein bisschen was gewonnen habe und so. Aber nichtsdestotrotz, ich habe mich vier Jahre darauf vorbereitet und es ist natürlich jedes Ziel von jedem Sportler, dass man eigentlich so idealistisch so fährt, dass man den Siegeskranz für sich erringen möchte und ich versuche einfach locker in die Rennen einzugehen. Ich weiß, ich bringe die beste Leistung nur, wenn ich locker bin und wenn ich nicht verkrampft einzugehe und versuche einfach das auszublenden, dass das nicht meine Paradedisziplinen sind. Österreich hat immer ein sehr starkes Team bei Paralympischen Spielen, dieses Mal auch. Was traust du unserer Mannschaft zu in London? Ich hoffe natürlich schon auf Medaillen. Ich glaube, es sind schon einige Kaliber da, die sogar ganz vorne wieder etwas machen können. Also ich glaube, wir haben ein gutes Team und ich glaube, dass es vom Potenzial her schon so weit reichen kann, dass wir die österreichische Bundesämne zumindest einmal hören.